Hallihallo! Wir sind auf unserem Rätselplatzort Nummer 5. Kleinen Hinweis sieht ihr schon und wir gehen weiter. Ihr seht es, diese kleine Hinweis, die kommt hinter Baum. Ihr seht ihr nicht, es hat sich versteckt. Aber jetzt sieht ihr diese kleine Hinweis. So ein auch schönes Haus. Interessante Stadt. Wir waren schon so viele Mal auf Gran Canaria und hier waren wir noch nicht. Und jetzt ist es wirklich eine schöne Stadt. Dort kann man so mir glauben, weil alle Städte im Gebirge sind ein bisschen klein, so ganz ohne Infrastruktur und so weiter. Und hier aber viel los und ja. Und Haupthinweis ist da. Ihr seht das schön. Es ist Pompisisch, ja. Wie können wir nur hier nicht gewesen. Das ist ja. Und Tarnbaum. Und neben Palma. Oh, perfekte Motiv für Foto. Wir möchten unbedingt dieses religiöse Objekt anschauen. Das sind ja. Dass das ist. Wir möchten hierher eine Auslösung mit einem für den Schopen und Zeitraum her. Das ist ja schlecht. Wir wollen hierheren. Dann haben wir hierheren. Genau, das sind nicht. So, hier sieht die Geschichte, wie dieses religiöse Objekt wurde gebaut. Ich muss noch gucken, wie es heißt. Ja, ihr weißt, alle schon bestimmt. Ich aber nicht. Ich muss noch das gucken. Und so einfach Holztoren. So ganz, ganz große, feste Toren. Große Drachenbaum zusammen mit Palma. Schöne Strasse. Schöne Strasse. Wie viele schöne Drachenbaum. Ja. Ein Kind. Oh Süße! Ja, ich habe zu Hause auch zwei. Oh, gut, 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 da ne бойся, no, no, ich, no, no, alles gut. So gehen wir drumherum, so ein bisschen. Oh, hier ist auch eine schöne Strasse. Characita hat mich fast verberumpelt. So ist es hier, Hinterhof mit den Gedeirchen, Bühnen. Wahrscheinlich wird hier etwas ausgeführt. Da ist es Platz. Also welches religiöse Objekt sagt euch Michael. Er meldet sich immer Erste oder Zweite, aber ja, nee, Erste. Und er weiß alles richtig Bescheid. Also ich brauche oder benötige deine Hilfe Michael. Sag bitte für alle, wie heißt diese religiöse Objekt, Kirche, welche wir hier, um welche wir hier drumherum spazieren. Und danke schon voraus. Wir gehen ein bisschen Straßen durch, anschauen, was da noch gibt's außer noch religiöse Objekt, Kirche. Aber Stadt scheint so ganz bewohnt zu sein, mit vielen Schülern, welche ihr hier seht, durch die Straße geht, mit der Schulform. So sieht es hier, kleiner Blick. Und jetzt gerade was Schulzehende bestimmt. Wir warten für diese Strömung. Hier ist noch gibt's eine Aufpasser. Ich weiß nicht, ich habe so nie in Deutschland, nie in Russland gesehen, dass Hunde auf Dach da spazieren. Und in Grün Canaria schon das erste Mal. Und bitte schon, Hund spaziert auf Dach. Jo, aufpassen. Guck dir, so interessante Pflanze. Und das ist Blütenstrauß, Strauch. Und der kleine Mietze spaziert. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen hier zur Straße. Hier ist sehr schöne Straße. Wir waren jetzt oben. Und da, naja, da sind ganz normal. Hier ist so alles zivil so total schick gemacht. Und Häuser. Und da ist, ich weiß nicht, hier ist das Friedhof oder Park. Na ja, das ist, ich glaube, wie ein kleiner Park, weil Friedhofmäßiges sieht man da nichts. Wasser. Ich weiß nicht, ob man da was trinken kann oder nicht. Keine Ahnung. Werde ich nicht. Experimente jetzt möchte man nicht durchführen. Was sind wir? Aber wir wollen, was sind wir? Haha, no yo. Ja, okay, ich zeige euch dieses Buchstabe und das weißt ihr Bescheid, wo wir sind. Aber ich glaube, ihr weiß schon früher Bescheid, wo wir sind. Und das ist Abschluss von unserem Video. Und das ist Rätselort Nummer 5 mit Lösung. Bitte schön. Und das ist Mitte in der Stadt, neben diesem religiösen Objekt, neben der Kirche, ist hier eine kleine Oase. Das ist ein kleiner Park. Das ist total angenehm. Ich sage so, Atmosphäre hier. Es sind hier noch viele Weihnachtsterne und diese Blume. Und riecht es alles so schön. Und das Vogelschirmswitschen, das ist wirklich, wirklich cool hier. Wir gehen ein bisschen noch nach vorne. Es ist noch von Weihnachten überall Reste hängen. Oder es ist immer so hier, keine Ahnung. Oh, wie schön ist das hier. Das ist bestimmt vor Weihnachten noch hier geblieben. So eine große Palme hier steht. Schon gut gepflegt, alles so schön. So eine kleine Allee. Oh, und riecht es wirklich hier wunderbar schön. Oberhalb stehen solche Bänke. Kann man sitzen. Kleine Pause machen. Oh, schön. Guck dir, es ist aus Holz und solche Skulpturen gemacht. Es war bestimmt hier sehr, sehr schön zur Weihnachtenzeit. Mit Lichter und so. Wir gehen kurz nach oben noch. Dieser Park geht in zwei Ebenen. So unten kann man auch da stehen. Bänke sitzen, gehen so ein bisschen. Und hier oben, zweite, sagen wir so Reihe, auch stehen überall Bänke. Schon nicht aus Stein, sondern aus Metall. So, dann auch so überall Weihnachtenstierne, auch so schöne schicke Bäume mit großen Kronen.